und und willkommen zurück bei jahre wir sind immer noch in diesem wunderbaren absolut ungefährlichen kindergarten und Prozent ich weiß nicht wo ich weitergehen soll oder ob ich weitergehen soll Schnauze ach was wirklich hätte ich nicht gedacht wie viel Betreuer gibt es hier oder Betreuerinnen ich bin schon mal froh dass wir keine Kinder antreffen wobei man da jetzt wirklich die Frage stellen muss was ist mit den Kindern passiert ähm ich mein ähm in einer gewissen Art und Weise müssen die ja auch hier gewesen sein die ganzen Kinder und ja Tom oh wie süß ähm ok erstmal weiter guck kann man hier was plündern egal egal da ist eine Türe da ist eine Türe schließen soll die nicht schließen äh ok hier gehts komplett raus das habe ich jetzt aber nicht als Ziel ich geh erstmal unten hin hier kommen wir aufs Dach gehen wir erstmal hier hin hier muss ich jetzt nur aufpassen dass ich hier in eine Falle laufe oder sowas WTF 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 nein fuck das und das und das und das und jetzt gute Nacht so äh Pistole, Munition alles klar gut dann versaften wir uns mal eben kurz ein bisschen was so alle zwei Plätze mehr frei aber ich wollte jetzt mal nach hier hinten Lumpfes was haben wir hier ja ja ok da unten kann man irgendwo reinkriechen ok das werde ich gleich tun vorher schauen also die Atmosphäre bei diesem Spiel ist mal Pornös mal oh was was war das was war das was ist was war das mega krass mega krass erstmal die stange entfernen und da schaue ich gleich noch mal rein aber wo er erst mal hier das freischalten so ich muss gerade mal kurz durch aber das habe ich mega erschreckt schlimme ist ich muss dadurch war das was war das verdammt ich bin der tür brauchst du noch keine gefunden ich weiß nicht was los ist aber ich bringe die kinder runter in den wir kommen wir uns rein oh mein gott oh gott wer fällt mir dazu gerade nicht ein was ist denn das für ein roter fucking punkt ach so das ist die rat ja okay so irgendwas ist hier hinter diese türe ist verschlossen also ich glaube ich stehe da unten hin oder was auf jeden Fall ist irgendwas dahinter okay boah leute dieses spiel ja ist mal mega krass einmal kurz hier durchgescannt ist ganz wichtig so und hier ist scheinbar die magnetkarte die wir brauchen das sieht nicht gut aus hier ein leeres regal da sind antibiotika ich will ja nichts sagen aber ich habe so eine befürchtung was jetzt gleich passieren wird wenn ich mir den boden so angucke ich weiß was ja war ja klar dass er automatisch zurückläuft alter was ich habe sich alle verbrannt oder fakt ist wir sind im keller jetzt da ist eine türe ok und da ist noch eine türe und ey die akustik die macht mich grad fertig ist nicht euer herz denn ok da gehts durch da gehts auch durch ich verliere dich what the fuck alter ist das euer ernst das ist nicht normal das ist die karte eingefroren oder was willst du mich jetzt verarschen ich bin ja raus das ist die karte unten rechts eingefroren auch noch sprich ich weiß nicht mal wo ich bin ich kann nicht scannen ich kann gar ja geh weg alter geh einfach weg was ist das alter alter Ja, fucking ernst? Alter, Schnappatmung! Ich bin einfach weg, ey! Kann ich dich da einsperren? Ich will einfach nur hier raus. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich will hier raus. Geh doch einfach weg, ey! Was ist das für ein fucking Zombie? Alter, ich will nicht mehr. Wie vernichte ich ihn? Oh nein. Geh einfach weg, ey! Ey, da musst du aber trick geben. Ich mein, ist ja kein Ding, dass wir das laut Hammer kaputt machen, aber... Was ist das? Alter. Ich will das mal definitiv nicht gestorben. Geh dir das mal näher an. Alter, Vater! Was geht denn jetzt ab hier? Krasser Scheiß! Boah! Alter! Leck mich fett, ey! Ich will nicht mehr! Okay, wo geht's hier lang? Ich hoffe, es war die letzte von dieser Sorte. Alter, meine Nerven. Anspannung pur, ey! Okay, da kommt man wieder raus, okay. Okay, 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 okay. Alles cool. Was ein abgefahrener Zombie, Alter. Alter! Jetzt ist wieder Ruhe hier, wisst ihr? Jetzt ist wieder alles ruhig, alles wieder cool, alles wieder... ...entspannt. Ich mach mal kurz die Lampe aus, weil die ist fast leer. Boah! Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite und irgendwas ist hier hinter. Kann ich das da irgendwie einsehen? Aber nicht. Jedenfalls so viel Shit. Okay, das ist nicht geil. Ein Gasherd, der an ist, ist nicht geil. Alles klar. Ich hab jetzt echt damit gerechnet, dass das ganze Ding hier hochgeht. Aber es scheint nochmal gut gegangen zu sein, alles klar. Fuck. Flüchte aus dem Kindergarten, naja. Hallo. Alter, ich will Scheiße hier rumliegen. Das ist der Knarber. Haben wir noch mehr? Uh. Einmal durchatmen. Alter. Alter. Okay. Lalalalalalalalalala. Alter, dieses Spiel macht mich kirre. Boah! Boah! Euer fucking ernst? Alles klar, alles wieder gut. Wir sind raus. Boah! Hammer, Alter. Was das Spiel gerade hier einer abverlangt, das ist der absolute Obershit. Alter, der Kindergarten war jetzt immer richtig übel. Alter, was für einen fucking Keycard brauche ich denn hier, ey? Ich dachte, jetzt habe ich sie. Neul ist ja natürlich immer noch nicht. Okay, wir können wieder ganz nochmal zurück. Ich atme jetzt gerade erstmal ganz tief durch. Und. Ja. Bleib einfach ganz locker. Und lässig. Alter. Ganz ehrlich, das war jetzt echt mal Anspannung pur, gerade in diesem Kindergarten. Also das ging echt mal gut ab. Jetzt gehe ich mal kurz auf das Baseballfeld. Nicht Baseball, Basketball natürlich. Schaue mich mal eben kurz hier um, was hier so gibt noch. Das war wohl der Hausmeister. So, hier geht es nirgendwo durch. Scannen gerade mal, was wir hier so haben. Ein bisschen. Was war das? So, hier kann man durchkriechen. Okay. Ja gut, dann können wir jetzt aber wirklich wieder zurückgehen. Boah. Alter Vater, ey. Ganz ehrlich. Ich bin mal gespannt, was noch auf uns wartet hier in diesem Spiel. Da denkst du, ey, das Spiel ist relativ harmlos. Und dann kriegst du hier sowas auf die Fresse die ganze Zeit. Ey, das ist echt ab, nochmal. Ich versuche sie von hier zu öffnen. Gib mir eine Minute. Äh, mach du. Mal, kann ich hier hoch? Augen auf, Soldat! Infizierte kommen! What? Wo? Warum? Wo kommen die jetzt her, die ganzen Zombies? Die sind aus dem Kindergarten geflüchtet oder was? Scheiße, scheiße, scheiße! Ich versuche sie, scheiße, scheiße! Oh, fuck! So, ich halt. Ich bin fast fertig. Lass mich jetzt nicht hängen! Ja, lass du mich nicht hängen, alter! Scheiße! Ungut! Oh, geh weg! Du auch! Oh, Mann. Okay, die Tür ist auf. Los! Ja, leck mich doch, alter! Tür ist auf! Ich hab keine Pistolen-Money mehr, das ist relativ ungut. Okay, da ist der Zombie. Nein, nein, nein! Scheiße, jetzt mal auf die Zombies hier. Ich muss, dass ich durch die fucking Tür komme. Ich würd' gerne nach oben hin, nochmal, alter! Mann! Tür zu. Und Ruhe. Boah! Freunde der Nachts. Irgendwann muss hier ein Schnellreisepunkt sein. Der kommt mir mehr als willkommen. Sooo. Einmal hierhin durch. Ich höre, die Zombies kommen. Also, schnell weg hier. Und ab zum Safe-House. Lecko-Funny. Also, dieses Spiel hat's echt in sich jetzt, mittlerweile. Und hier machen wir erst mal... Äh, erstmal gucken, ob geht's hier weiter. Da. Sooo. Erstmal hier kurz. Kann ich irgendwas upgraden? Die Schussfrequenz des Gewehrs könnte ich upgraden. Oder... Diddle-Dumms. Ähm, davon, oder... Ne, davon kann ich's nicht upgraden. Davon auch nicht. Davon auch nicht. Alter, wofür hab ich so viel Upgrade-Dinger, wenn ich die eh nicht benutzen kann, ey? Das ist aber voll querbehindert, ey. Ja, gut. Dann mach mal hier einfach mal zack. Ja, upgraden. Tschabadabu. So. Denne, wo haben wir die gute Kiste? Kiste, 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 da. So. Jetzt muss ich mal eben kurz schauen. Was haben wir hier? Das kann da rein. Das kann zurück. Das brauch ich auch nicht. Äh, lalalala. Ja, die Pistol, da hab ich natürlich trotzdem mit. Die Karabiner-Munition lasse ich hier. Die Schnellfeuergewehr-Munition lasse ich mal hier. Oh, jetzt haben wir hier mal reichlich Platz verschafft. Oh, fuck. Das war natürlich nicht so geil. Ähm. Das nehm ich natürlich mit. So. Den Rest lassen wir alles hier. Alles gut. Äh, Heildinger. Alles gut, alles gut. Karabiner brauchen wir gar nicht. So, Munition haben wir jetzt für das Gewehr genug. Wir haben, äh, genug Ausrüstungsplätze frei. Also alles gut. Und dann würde ich sagen, geh ich mal zum Speicherpunkt und speicher eine Runde. Und dann mach ich ein Folgenpäuschen und ich sage mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Zombie. Und dann, äh, glaub ich, müssen wir zurück, weil ich das richtig in Erinnerung habe. Ich schau mal eben kurz drauf. Tausche die Blikamente gegen Sprit. Genau. Alles klar. Das war's. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und sage bis zum nächsten Mal dann wieder hier bei Zombie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.